Hallo zusammen, Halloween steht bevor. Viele Kinder freuen sich auf Süßes oder Saures, die etwas Älteren auf Partys oder gute Horrorschocker im Kino oder dem Fernsehen. Leider passieren schlimme Morde, nicht nur in Filmen, die an Halloween laufen. Wir haben einen grausigen Mord, der nie wirklich aufgeklärt werden konnte für euch. Viel Spaß, los geht's nach dem Intro. 1977 verschwand die 19 Monate alte Nima Louise Carter aus ihrem Kinderbettchen in Lorton, Oklahoma. Die Polizei geht davon aus, dass der Entführer bereits im Kinderzimmer in einem Wandschrank gewartet haben muss, denn es gab keinerlei Einbruchsspuren am Tatort. Ein Monat später entdeckten Kinder in einem verlassenen Haus ganz in der Nähe vom Haus der Carters den verwesten Leichnam eines Säuglings in einem Kühlschrank. Wenig später konnte die Polizei das Kind als Nima Carter identifizieren. Sie war erstickt. Als Tatverdächtige kam sofort das Kindermädchen von Nima, Jacqueline Robidoux, in Frage. Bereits im April 1976 wurden zwei Mädchen in einem Kühlschrank gefunden. Eines war bereits erstickt, das andere sagte aus, dass ihre Babysitterin, ebenfalls Jacqueline, sie eingesperrt hätte. Doch die Anklage wurde aufgrund zu weniger Beweise fallen gelassen. Auch im Fall Nima konnte Jacqueline nichts nachgewiesen werden. Erst Jahre später konnte Robidoux endlich wegen des Mordes an einem weiteren Mädchen zu lebenslanger Haft verurteilt werden. 2005 starb sie im Gefängnis an Leberkrebs. Den Mord an Nima Louise Carter gab sie jedoch niemals zu. Was haltet ihr vom Mord an Nima Louise Carter? War die Babysitterin die Mörderin? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst es uns wissen. Folgt uns auf YouTube, TikTok und Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao.